Alexis Tsipras besucht hier unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und ich erwünsche und erhoffe mir doch, dass von diesem Treffen ein deutliches Zeichen des konstruktiven Miteinanders ausgeht. Ich glaube, wir hatten in den vergangenen Wochen ein ausreichendes verbales Säbelrasseln, das letzten Endes nur zu Unruhe und Misstrauen beigetragen hat. Und es wäre jetzt wünschenswert, dass wir zu einer verlässlichen Arbeit zurückfinden in Besonnenheit und in Verantwortung. Was wir nicht gebrauchen können, ist weder ein erhobener Zeigefinger noch ein erhobener Mittelfinger, sondern was wir brauchen, ist jetzt eine Politik mit Hand und Fuß. Und insofern wäre vielleicht etwas weniger Leidenschaft und etwas mehr kühler Kopf hier ratsam. Politik mit Hand und Fuß, das heißt für mich einerseits, dass Griechenland seine Versprechen einhalten muss. Sie müssen jetzt einen klaren Zeitplan vorlegen, dem auch Taten folgen. Politik mit Hand und Fuß heißt dann aber auch, dass die europäischen Partner erkennen müssen, dass es eben nicht ausreicht, Banken zu retten, sondern dass die Menschen in Griechenland eben über viele Jahre hinweg enorme Belastungen und soziale Härten auf sich genommen haben und jetzt dringend ein Impuls für Wachstum und Beschäftigung erfolgen muss. Das hat nicht nur etwas damit zu tun, es ist nicht nur dafür wichtig, dass den Menschen Hoffnung gegeben werden muss, sondern weil es tatsächlich und real auch um die mittelfristige, materielle Besserstellung des Landes gehen muss. Kein vernünftiger Mensch kann an einem Ausstieg Griechenlands aus dem Euro Interesse haben, weder mit Absicht noch als Unfall. Auch das will ich nochmal für die SPD ganz eindeutig klarstellen. Ja und als letztes möchte ich Ihnen nur kurz noch ankündigen, warum dies meine letzte Pressekonferenz vor der Osterpause ist. Ich werde diese Woche nach Lateinamerika reisen und habe dort verschiedene Gespräche. Unter anderem werde ich mit der derzeitigen politischen Führung der PT unter dem Vorsitz Volcao reden, aber dort auch die Freude haben, den früheren brasilianischen Präsidenten Lula da Silva zu treffen. Es geht mir darum, dass der Dialog, den ich schon im vergangenen Jahr angeregt habe, weiter fortgesetzt wird, nämlich wie es gelingen kann, eigentlich einen industriellen Wandel und eine industrielle Stabilität sicherzustellen bei gleichzeitiger Digitalisierung unserer Welt und sozialem Fortschritt. Diesen Dialog habe ich im vergangenen Jahr angeregt. Der weitere Anlass für meine Reise ist dann allerdings ein gemeinsames Treffen auf der Konferenz zu Progressive Alliance in Mexico City. Dort werden wir mit zahlreichen anderen Parteien zusammenkommen und ich werde dort eine Rede halten zum Thema nachhaltiges Wachstum und gute Arbeit. Nur zur Erinnerung, für diejenigen, die es vielleicht nicht mehr so ganz klar vor Augen haben, Progressive Alliance ist ja ein loser Zusammenschluss von Parteien und politischen Verbänden, die wir 2013 zur 150-jährigen Feier der SPD aufgebaut und ins Leben gerufen haben, auch weil wir an der Arbeit der sozialistischen Internationalen durchaus eine gewisse Kritik haben und hier eine anhaltende Reformunfähigkeit sehen. Und insofern sind wir daran interessiert, Progressive Alliance als weiteres internationales Bündnis sozialistischer und sozialdemokratischer Parteien auszubauen. So viel, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nun Ihre Fragen. Gibt es Fragen? Bitte sehr. Zwei Fragen. Zum einen zu Zypras. Wird es eigentlich auch Begegnungen führender SPD-Politiker aus diesem Anlass mit Zypras geben? Und wenn ja, in welcher Form? Und zum Zweiten, was das Treffen am Donnerstag angeht, wird da auch noch mal die Debatte um die Energie- und Kohlepolitik eine Rolle spielen? Und könnten Sie vielleicht da noch etwas dazu sagen, zu den aktuellen Debatten unter den verschiedenen Sozialdemokraten, die sich daran beteiligen? Also mir ist kein Treffen bekannt, das über das Treffen von Zypras und Merkel hinausgeht. Wir haben am Donnerstag unsere Präsidiumssitzung erweitert, um die Präsenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, sofern Sie denn nicht Mitglied des Präsidiums sind, weil wir über die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen reden wollen. Ich gehe aber davon aus, dass einer bei einer solch exklusiven Zusammensetzung sicherlich auch noch mal das ein oder andere Thema zusätzlich aufkommt. Auch auf. Achso, Sie wollten noch was zur Kohle wissen. Insgesamt. Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, dass es einen Bundeskabinettsbeschluss vom vergangenen Dezember gibt, wonach wir an sehr ehrgeizigen Klimazielen festhalten. Und das, was Sigmar Gabriel jetzt gemacht hat, ist zunächst einmal, ich nenne es mal so, eine quasi technische Umsetzung dieser Verabredung. Ich glaube, es ist klar, dass sowohl Industrie als auch Haushalte, als auch Verkehr zu einer weiteren CO2-Reduktion beitragen müssen, auch die Energiewirtschaft. Und jetzt wird es darum gehen, diesen Vorschlag weiter zu beraten. Natürlich auch mit Vertretern der Industrie und des Energiesektors, aber auch mit den jeweiligen Vertretern aus den Ländern, insbesondere natürlich auch aus Nordrhein-Westfalen und aus Brandenburg. Frau Rau, war das eine Frage? Frau Fahimi, Sie haben ein Ende des Säbelrasselns in der Griechenland-Debatte angemahnt. Wie sind denn dann die Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Oppermann ungefragt gestern zu verstehen, der noch mal eine recht scharfe Tonlage gegenüber den Griechen im Vorfeld des heutigen Besuches angeschlagen hat? Sind das Altsünden von gestern? Beginnt jetzt eine neue Rhetorik bei der SPD. Wie bewerten Sie das? Ich habe das nicht so empfunden. Ich will aber auch noch mal deutlich machen, dass wir eben das Beenden des Säbelrasselns beziehe ich nicht alleine auf eine Seite, sondern ich meine das wirklich, dass wir ein konstruktives Miteinander brauchen. Und dazu gehört es natürlich auch Griechenland, daran zu erinnern, dass sie hier in einer Verpflichtung stehen und dass die Forderung nach Reformen in deren Land eben keine politische Frage ist, die die Regierung natürlich selber zu beantworten hat, sondern dass es hier darum geht, dass Griechenland Solidarität von den anderen europäischen Nachbarn einverlangt, auch nicht unberechtigterweise. Aber dann müssen eben neben den Wahlversprechen auch tatsächliche Taten folgen. Und insofern finde ich diese Erinnerung auch Griechenlands durchaus angemessen.